da sind wir wieder zurück mit 4 4 schuldigung wir machen weiter wir wollen heute diesen fisch jagen jetzt haben wir nur ein bisschen einführung also eine einführung gekriegt also ja ihr wisst was meine so machen wir heute haben noch genügend jetzt noch mal hier noch ein bisschen sprengstoff uns krallen mit einer jagdprinze kannst du das hier noch nicht auf heute hat sich jetzt habe ich jetzt alles was ich wollte ja so weit ist jetzt unsere aufgabe erledigen den dunklen wasser geht das reicht das auch für geht das auch mit dings weil wir haben ja eine habe ich die jagdprinze überhaupt da da habe ich eher weniger oder wir haben granaten die dunkel wassertrachen mitbringen springst du kannst also nicht unter wasser jagen okay das ist klar tschüss zwischen uhr tschüss hawafi f 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 Da ist er doch, oder? Ich hab das doch heutzutage nicht, das hätte ich sie gehäutelt. Ich hab das doch heutzutage nicht. Ich hab noch 10 Schüsse. Hab ich den erwischt, jetzt? Ich hab irgendwas erwischt, ja. Aber nicht das. Aber nicht das... Ach, die Dings sind weg. Schade. Nee, sind sie nicht. Alles klar, gut, okay. Sah nur so aus. Wir nehmen Munition wieder mit. Okay. 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 Upsi. 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 Da ist was und was und was das ist das das ist das Okay. Okay. Oops. Warte mal, ich muss wieder da hoch. Ich muss wieder links jagen. Der Fisch ist ja da. Ich sehe ihn schon, aber... Ich habe ihn erwischt. Du bist tot. Leck mich doch am Arsch, Alter. Ich habe das Viech doch geholt. Schön, ich habe das Viech geholt. Und jetzt so eine Kacke weiß, was am Ende rauskommt. Und ich springe einfach freiwillig in den Tod. Mann, ich habe die Mission geschafft, Alter. Ich habe die Mission geschafft, Alter. ja du kannst mich mal aber so auch wegen euch idioten jetzt seid da wird sich verarschen wir gehen dir einfach auf den sack lass mich in ruhe das problem ist dass wir wahrscheinlich jetzt genau im moment wo sie mir immer die kisten kaputt geschossen haben aber doch mal raketen haben für dich nur den kyrokopter haben sie wirklich geschossen doch sie haben die kisten kaputt geschossen die munitionskisten auch hier säcke alter geht ich mir auf eier mit eurem scheiß als der fisch aber so so jawohl jetzt gehe ich aber vernünftig runter ich hätte vorher gar bedienen die hört mich dann noch wenn ich da noch was passiert wäre aber egal kürat fäschchen wie abgeschlossen halb daher auch mit dem scheiß drecks hechte jetzt geht die scheiße schon wieder los ich war schon das war ich die jetzt gehen wir nicht auf eier ich bin glaube ich auf der anderen seite super geschafft so haut das dunkelwasser drachen naja gut dann kommen wir hier die sachen gehen ach wir haben leider kann ich nicht genug links fähigkeiten hätten mehr als genug fähigkeiten die haben wir nicht jetzt moment da ist noch einer die wirkungsdauer muss die können wir zumindest mal es gehen ach die kann man nur einmal okay das war die tür hat verschwiegt also wenn sie der unter wasser drache aufführung und erledigung auch wenn es nicht ganz so einfach war immer wie ich das gerne gehabt hätte aber gut egal ich gucke mal gerade was wir noch als nächstes haben und geht es noch mal zwei jungen haben wir noch zwei drei missionen kampagnen müssen haben wir noch acht insgesamt die glockentür machen wir die ausposten haben wir die zwei festung brauchen wir noch okay die offene welt ja das können wir schon irgendwie so nach und nach hin ich gucke mal gerade also wir haben die kürat fashion week wir können mal hause geht's hingehen hause geht's was denn das das muss ja auch hier irgendwo sein ein upgrade kaufen ein upgrade kaufen dinge 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 die wir verkaufen ok so jetzt können wir ein upgrade mal machen wenn es so ein bisschen heute mal herstellung ich weiß nicht wo ich den irgendwo ist nachherstellung ich habe nur keine keine ahnung aber theoretisch brauchen wir die jetzt nicht die müssen wir zufällig erobern er wird zufällig kriegen die sache die quest ne alles gut dann mache ich jetzt noch zu feierabend wir sehen uns wieder in der nächsten episode liebe leute und dann freue ich mich wieder wenn ihr einschauen würdet bei let's play far cry 4 und dann gucken wir mal was als nächstes machen ne kriegen wir schon noch was hin bis dann tschüss 1 2 ihr 2 4 3